Wie ist es? Wie ist es? Stell dir vor, kommst du raus. Was ist denn? Da ist 10 Uhr. Es läuft sehr schnell. Dannt schon wieder runter. Statt gut. Wie ist es? Wenn ich mir denke, dass die Neunstern auch nicht mehr aussehen. Dann bin ich sogar bei der Obo und Arbeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018